So hallo, und da sind wir wieder bei meinem vierten Let's Play von Lego Star Wars, der Clone Wars 3. Okay, wir setzen jetzt mal die Story fort. Story, ja. Gut, und wir schauen uns einfach mal den Vorspann an. Und jo. Ich muss mal, so. So, wählen wir mal. Na klar. So, die Verteilung des Fans. Das machen wir doch gerne. Gut. 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 Oh! Oh! Just a little bit of him. Oh, no, okay. Ah! Oh, oh, oh! Oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! No, 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 no! Oh! 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 So, okay, das sind wir wieder. Also. Was muss ich jetzt machen? Okay, das muss ich zusammenbauen. Das ist mein Kommando wieder. Ja, wow. Wow. Da hängt's. Okay, ähm. Ah, da muss ich einem anderen helfen. Der da. Geht doch. Ah, ich brauche jetzt Macht. Das ist. Geht doch. Gut. Geht doch mal wieder irgendwann rein. Gut. Scheiße. Irgendwo. Geht doch mal wieder. Ja. Ah, tot. Jo, ich bin ja volle Pro-Gamer. Irgendwie muss ich da jetzt vorbei kommen. Mit einem Geschwindigkeitsschuld, würde ich sagen. So aber nicht. So aber nicht. Hm. Okay, versuchen wir's mal anders. Nämlich so. Ah. So. Gut. Ha. Alles gut. Ha. Okay. Okay. Schützt. Oh ne. Okay, dann wieder K. Dann die Schüt... K. Dann J. Dann... Okay, das reicht's. K. Gut. Also, ich glaube ich... Haldi hat gewählt und sich wieder passiert und in die Wand. Bääau. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Niemö. Gut. Ähm, ich muss mal... kurz, glaube ich... ...unterbrechen. Ähh. um ich komme gleich wieder und hier und das ist mir wieder wegen der kleinen Unterbrechung weil ich habe so ein dummes Aufwand und da kann man nur maximal unter untergestritten Version nur maximal 10 Minuten die Strahlenschild die Strahlenschild ich würde sein ich muss denn das gut gut und die fremdige Basen was dann bin ich was ich hab nie gehört ich hab's nicht gelesen Scheiße ja das war mir doch auch Spaß das war ich habe das war ich habe das war mein der ist ich bin das war gut zu wissen der Strandschild-Generation ja ja das ist mir schon klar ja er ist auch recht tot ja, das ist wenn ich es gesagt habe na 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 und ahh, ist ja schön Ah, total einfach. Damn. Jo. So, um, let's go, did he sagen? Gut. Braucht Luftunterstützung. Und wie kann ich die antworten? Das vergebildet ist gerade. Kann ich die antworten? Ich glaub mit dem einen auch. Mit dem gelben kann man das machen. Ah, genau. Haha. Jetzt kommt's, egal. Gut. 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 Okay. So. Okay, jetzt muss ich noch einmal das Silberne machen. Und dann hätten wir das, glaube ich, auch schon geschafft. Das mache ich still. Okay. Okay. So, okay. Yo, ich bin tot. Hm. Ach nee, ich habe doch nicht den Arzt. Jetzt gehen wir einfach mal zu dem, der hinterher ist. Ja. Ja. Ich habe das, glaube ich. Ich mache das. Ich mache das. Ich mache das. Ich mache das. Okay. Ja. Hm. Der fand es in der Überzeit. Das ist ihm jetzt auch schon gekannt. Ich hab das sonst gerade eben. So. Jetzt so. Ich glaub ich mach das jetzt einfach mal kurz. Kann ich sagen. Der trifft den haben wir schon drauf. Und von dem da. Das wird dann ein bisschen spannender. Ja. Ja. Geil, gleich, gleich. Endlich. Bin ich gut. Ja okay. Jetzt haben wir nur 35 Sekunden. Wir machen uns einfach mal so. Ja okay. Wir machen uns einfach mal so. Ja. Ich hab das jetzt schon wieder geschafft. Gut. Das war jetzt mal eine nicht zu spannende Folge. Würde ich mal sagen. Wenens haben wir es 3 und 10 Prozent von Warn. Hier reicht's. Ja. Gutes Anderstoffeln. Ja. Man kann sich nicht beschweren. Okay. Gut das war's. Die 5. Mission kann man sagen. Wie immer. Ich hoffe es hat euch gefallen. Denkt das nuns. Und ich hoffe. Dass wir uns wiedersehen. Okay. Also tschüss. Du bist. Du bist.